Angekündigt hat sich ja auch der Bundespräsident, zumindest virtuell. War es einfach, eine Grußbotschaft von ihm zu bekommen oder hat es doch ein bisschen gedauert, bis deine Antwort kam? Die Antwort kam ganz, ganz schnell, aber es kam eine Absage. Und das war eine gewisse Enttäuschung, weil ich habe gedacht, das funktioniert garantiert, weil er ist natürlich bei vielen ähnlich gelagerten Anleisten, war er zu sehen, hat das immer super bravourös gemacht. Und ich habe mir gedacht, dass wenn ich drei oder vier Wochen davor anfrage, geht sich das sicher aus. Aber dann hat es geheißen, der Terminkalender ist voll und letzte Woche habe ich einen Anruf bekommen, dass es doch noch einen Zeitslot gibt und die Grußbotschaft ist, glaube ich, schon im Kasten.